Was wäre das für eine Welt, in der Liebe und Achtung über alle Grenzen hinweg herrschen würden? Was wäre das für eine Welt, in der alle Energie, alles Geld in die Förderung des Lebens statt in die Maschinerie des Todes fließen würden? Was wäre das für eine Welt, in der die Jünger des Todes nicht geachtet, sondern geächtet würden? Was wäre das für eine Welt? Was wäre das für eine Welt?